Hallo liebe Freunde, hier ist euer Influencer Mark Bellinghaus. Ich habe mal ein kleines Beispiel, wie man im Internet jemanden aufstöbert. In diesem Fall geht es hier um den Täter. Ich darf ihn so nennen, denn er hat mich obdachlos gemacht, ohne Grund und einfach durchgewunken. Dr. Georg Bischof. Dieser Kerl ist mittlerweile, Gott sei Dank, pensioniert. Ich habe jetzt geguckt und dann hat sich hier in Stadtmünster Pressemitteilungen, hat sich da was aufgetan. Wir reden hier von 2004. So, das ist der Kerl, vor 20 Jahren. Der ist jetzt grau und ich erkenne ihn auch. Das waren zwei Leute. Er ist also, ich lese es nochmal kurz vor, worum es da geht. Ein Jubiläum der besonderen Art konnte jetzt Martin Schulze-Werner, Rechtsleiter des städtischen Ordnungsamtes, begehen. In seiner Funktion als Ausbilder von Rechtsreferendaren begrüßte er Birte Brüggemann am 1. April die 100. Rechtsreferendarin beim Ordnungsamt, aha. Zu diesem Anlass kam auch der erste Rechtsreferendar, Dr. Georg Bischof, das ist der Kerl, ins Stadthaus 1. Er ist inzwischen Richter am Landgericht. Ja, mittlerweile ist er schon pensioniert, wie gesagt. Zwar vor 20 Jahren. Seit November 1985 bildet Volljurist Schulze-Werner Referendarin ihrer Zeit in der Verwaltung aus, bla bla bla. So, das muss man sich mal vorstellen. Dieser Mann hat mich obdachlos gemacht. Und dagegen werde ich vorgehen, Herr Dr. Georg Bischof. Sie haben das gemacht und Sie wissen ganz genau, warum Sie das gemacht haben. In Ihrem schicken 80er Jahre Sakko aus Kort, so wie es aussieht, mit einer Krawatte, die jetzt wieder in ist anscheinend. Ja, nee, das lasse ich auch nicht mit mir machen. Ich habe jetzt noch eine andere Sache gefunden und zwar geht das die Richter an, ja. Es ist unfassbar, was hier vorgefallen ist bezüglich dieses Theaterskandals. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, wo ich hingehen muss, wenn das jetzt, wenn das Theaterrecht bekommen sollte, ja. Das ist, hier steht nochmal Richter Georg Bischof, der stand hier auch in diesem Väternutruf und so weiter. Ich habe jedenfalls rausgefunden, dass ich mich dann an das Oberlandesgericht in Hamm wenden muss. Das steht dem Landgericht über. Also dieser Mann, der hat seine Ties, seine Verbindung zum BGH benutzt über die Vertreterin von Ulrich Scharmbad. Das ist die Vertreterin, die war selbst am BGH in Karlsruhe. Und das ist wirklich ein Skandal. Das ist ein niederträchtiger, unfassbarer Skandal. Jeder hat da mitgetreten. Jeder hat auf mich eingetreten. So kann man das sehen. Und aus dem Grund sage ich Ihnen heute schon gegenüber an, Herr leitender Richter am Landgericht, Herr Dr. Daniel Stenner. Denn Sie haben mich nicht ausreden lassen. Sie haben mir kein Schlussplädoyer gewährt, was auch nicht rechtskonform ist. Ich konnte mich noch nicht mal richtig vorstellen. Sie haben mir dauernd meine Sätze abgewürgt und ich hätte noch zwei, drei Stunden länger reden können. Die Beweismittel, die ich dabei hatte, konnte ich gar nicht mal richtig alle vorlegen. Wenn Sie glauben, dass ich dieses absolut unfassbare Schauspiel hier vom Theater Münster mitmache, dann haben Sie sich geschnitten. Denn ich habe genug Beweise, dass diese Frau vorsätzlich gelogen hat, dass sie eine eidesstaatliche Versicherung gebrochen hat und dass sie deswegen wahrscheinlich sogar Haft droht. Denn wo sind wir denn? Dass da ein Kerl wie Ben Remsi Al-Khalisi mich mit drei Worten in übelster Weise beleidigt im Theater und dann drei Leute rausschmeißt, die in friedliche Absicht gekommen sind. Wenn das zeigt, wie schuldig dieser Mann wirklich ist, dass der absolut, dass er das alles geplant hat. Denn sie brauchen ja nur lesen, was er behauptet. Er hätte dieses Projekt mit Frau Brees schon 2020 angegangen. Und die können natürlich im Nachhinein alles wunderbar behaupten. Die haben ja auch genug Dramaturgen am Theater, die sich das dann alles ausdenken. Und das wissen Sie, dass ich meine Unterlagen nicht dabei hatte, das Zeug davon, dass sie noch in meinem Umzugskarton sind, weil ich durch diesen Kerl hier rausgeschmissen wurde, durch ihr Landgericht. Und das hat ein Nachspiel. Ich werde jetzt eine Untersuchung beantragen. Ich lasse mich hier nicht länger verarschen. Und das geht alles auf den Präsidenten des Landgerichts zurück. Ich sage Ihnen nochmal, schmeißen Sie dieses Theater raus. Sie können nicht neutral sein, wenn Sie am Montagabend wieder mit Entnau Hanau da zu Besuch haben. Das geht nicht. Das ist absolut irre. Dass Sie hier dauernd das Theater, die haben genug Kohle, die haben genug Spielstätten. Die brauchen hier nicht noch im Theater, im Landgericht antanzen. Dagegen verwehre ich mich und ich fordere, ich werde morgen sowieso mit meinem Megafon vorbeikommen und werde das von Ihnen fordern, dass Sie nicht einerseits jemanden schuldig sprechen und auf der anderen Seite da dieses Theater hin und mir wehren Sie mein Kunstprojekt ab mit der Begründung, Sie könnten nicht mehr neutral sein. Das ist doch Bullshit. Das wissen Sie auch. Und Herr Bischof, Sie haben gesehen, dass ich aufgelöst war, dass ich geheult habe und ich war in keinster Weise gefährlich. Wie können Sie überhaupt noch in den Spiegel gucken, dass Sie das alles geschafft haben mit einem üblen, üblen, üblen Verfahren, was Sie mir noch nicht mal gegönnt haben, ein persönliches. Es ist alles abgeurteilt worden. Das ist sowieso schon auffällig und das ist Rechtsbruch. Sie haben absolut grob fahrlässige Fehler links und rechts gemacht. Insofern werde ich Sie verklagen und auch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, auch wenn Sie jetzt schon pensioniert sind. Genug Kohle haben Sie ja, weiß Gott. Insofern, Leute, lasst das nicht mit euch machen. Wenn diese Justiz die Krallen zeigt und euch auf die Straße setzt, so wie das bei mir passiert ist, von so einem Kerl, der auch noch Vorsitzender Richter am Landgericht Münster war, das ist ein ganz großer Skandal, der bis nach Karlsruhe geführt hat. Denn die haben dem Landgericht Münster geholfen und nicht mir. Und das alles nur wegen meiner Abstammung. Und da kommt das Grundgesetz ins Spiel. Und das mache ich nicht mit, liebe Leute. Da könnt ihr euch drauf einrichten. Also, wie auch immer das ausfällt mit dem Theater, das ist egal. Ich gehe jedenfalls gegen diesen Beschiss hier vor. Die sollten sich wirklich alle schämen, liebe Richter und Richterinnen vom Landgericht. Und das ist doch ein bisschen das Gericht.